Bitte hier unten rechts an dem runden Ding bei YouTube schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, für morgen, morgen sind die Verhandlungen mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 über den nächsten Schwung an Reformen, ja, und wir gehen ja alle aus, wir sind ja alle ausgegangen, ja, deswegen auch das Tagesthema entsprechend hier noch einmal. Bitte, Professor Sucharit-Bagdi, Dr. Med. Wolfgang Wodag, unterstützen Sie jetzt sofort alle und all die anderen Prominenten, Professor Homburg-Hockertz und wie sie alle heißen, Professor Harditsch und so weiter, jetzt nicht sozusagen fixiert bleiben auf das Symptom Corona, auf das Symptom Schweinegrippe hier, auf das Symptom nicht fixiert sein auf das Symptom, sondern es geht um die Ursache und die Behandlung der Ursache solcher Symptome wie Schweinegrippe oder sozusagen, es geht um die Behandlung der Ursache, nicht nur der Symptome, ja. Hier, schauen wir es uns ganz kurz nochmal an. Wir haben ja als Ausgangsbasis, übrigens im Querdenken-Camp in Berlin, wurde auch gerade über uns gesprochen, gestern über Next Scientist for Future, über den Weltrat der Weisen, über die Wohlfühlstimme und so weiter. Schön, dass das gemacht wurde. Eine lange Rede, die auch sehr viel mit uns zu tun hatte. Ja, hier, hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler und der neigt nicht zu einer Gefährlichkeitsüberschätzung. Der sagt, wie es die Wahrheit ist. Krankheit kommt durch schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, unnatürlicher Lebensstil, Stress, Psyche, psychischer Stress, schlechte Luft, schlechtes Wasser und viele andere Faktoren mehr, ja, bestimmen darüber, ob ihr krank werdet oder nicht. Und diese Mikroorganismen, die wir später Viren und Bakterien und so weiter nennen, ja, das ist ein kleiner Faktor von vielen, ja. Also, viel mehr Menschen sterben wegen falscher Ernährung als an Viren und Bakterien. Das ist ein guter Arzt, der lebt in der Wahrheit, der wird aber nicht viel verdienen unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und hier haben wir nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion hier den anderen, sozusagen, der sich notwendig irrt nach dem Naturgesetz von Variation und Selektion. Und der sagt, nein, also Ernährung, Psyche, Stress, Bewegungsmangel, unnatürlicher Lebensstil, all das, sozusagen, Chemikalien, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, zu viel Chemie und alles, ja, und das spielt alles keine Rolle, spielt alles keine Rolle. Es gibt da so Killerviren, ja, und die sind allmächtig und die, die sind die, das sind die Killer, die uns so angreifen, wie uns eine Horde Wölf, äh, wild gewordene Wölf, tollwürdige Wölfwölfe angreifen würde und so weiter, ja. Und das sind die Feinde, gegen die müssen wir jetzt Krieg führen und so weiter. Und er hat also, diese Fantasie führt dazu, dass die Menschen dann weiterhin krank, krankmachend leben, also den falschen Lebensstil beibehalten. Und er kann ihnen ganz viele Dinge verkaufen, Impfungen, Tests, äh, alle möglichen Behandlungen verkaufen. Er wird richtig erfolgreich, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, beziehungsweise auch geistige Kinder, geistige Nachahmer oder körperliche Nachahmer. Das spielt eigentlich keine Rolle und in der Evolution breitet sich eben sein, sein Irrtum, der sich also als Vorteilbringend erwiesen haben, der, der Vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum bezüglich Viren, ja, der, der breitet sich massenhaft aus und er wird der geistige oder körperliche Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach, ja. Und, äh, das ist, äh, das Drama, in dem wir alle stecken, nämlich, dass wir, äh, sozusagen, jetzt, äh, ähm, äh, jetzt gebeutelt werden und gegeißelt werden von diesem Gefährlichkeitsüberschätzungs-, diesem Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum. Und jetzt heißt ja die Formel der Next Scientist for Future, VIs, aussterben lassen durch PAs, durch positive Anreize. Und, äh, also Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Also müssen wir jetzt hier positive Anreize setzen und jetzt müssen wir es so machen, dass, äh, die Gesundheit der Bevölkerung gemessen wird, sei es über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, aber auch die Wirtschaftswunderdaten der Region und so weiter, die ja sowieso irgendwo erfasst werden, die sollte man hinzuziehen, damit man feststellt, schadet dieser Arzt den Menschen eher oder nutzt er ihnen langfristig gesehen, ja, und das, äh, wird er rechnet und danach wird sein Honorar berechnet, ja, die Verdienstzuschläge werden berechnet, sozusagen, und dann verdient nur der wirklich gesundheitsförderliche Arzt, und ich garantiere, wenn man also analysieren würde, der Arzt, der also mit einer, äh, Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzung sozusagen an seine Kunden rangeht, der wird sicherlich insgesamt mehr Schaden als Nutzen anrichten und der wird dann praktisch, äh, kaum oder gar keine Verdienstzuschläge bekommen, während der wahrheitsorientierte Arzt eher jetzt dann an diese Stelle rektrückt, also die Ausnahmeärzte und Psychologen, die wir jetzt ja auch bei Corona gesehen haben und bei den Next Scientist for Future, die rücken quasi an diese Stelle und deren Ideen breitend sich ausfinden nach, aber also deren Wahrheiten, äh, erweisen sich dann als Vorteilbringend, weil diese Leute dann die Verdienstzuschläge kriegen und entweder der, der Träger des Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, äh, lässt in sich seinen Vorteilbringenden Irrtum aussterben oder er wird real aussterben, indem er wirtschaftlich pleite gehen wird, weil er ja keine Verdienstzuschläge mehr kriegt und die ihn dann auskonkurrieren oder im Wettbewerb eher nicht bestehen kann und, äh, die Praxismieten nicht mehr bezahlen kann und so weiter. Äh, äh, und, äh, so drehen wir die Evolution um, also das heißt, wir lassen die überall, egal wie, die Vorteilbringenden Irrtümer und damit allerdings auch alle Straftaten, also alle schwarzen Schafe aussterben, auch alles kriminelle Handeln aussterben, denn, äh, jeder positive Anreiz, der Vorteilbringende Irrtümer aussterben lässt, lässt auch alle kriminellen Sachen aussterben in diesem Bereich, denn, äh, äh, sozusagen, äh, das lässt sich dann einfach durch diese kriminellen Handlungen kein Geld mehr verdienen, ne, und damit, äh, verschwindet natürlich auch das kriminelle Verhalten, ne, ja, das ist die Lage, in der wir stecken, ja, das heißt also, ähm, das könnt ihr in all den anderen Sendungen, könnt ihr ja die Erklärungen dieser Bilder nachschauen, die Evolutionsgeschichte der Menschheit, die Evolutionsgeschichte des Universums und so weiter. Und, ja, dann gehe ich mal wieder zurück zu unserem Tagesthema, also, ja, Bodo Schiffmann hat sich, äh, relativ scharf geäußert, hat, hat sozusagen, ja, unsere Regierung mehr oder weniger als faschistisch bezeichnet im Gespräch mit dem SWR, die das allerdings nicht ausgestrahlt haben, angeblich, ähm, ähm, ja, das ist vielleicht eben, wie gesagt, ja, etwas scharf und, äh, wenn die Partei hoffentlich es schafft, Bodo Schiffmann wieder als Spitzenkandidat zu reaktivieren, in Folge der Gespräche mit Next Scientist for Future, dann werden wir sicherlich anregen, sozusagen, die Schärfe der Wortwahl etwas zu reduzieren, nicht so, so, so knallhart konfrontativ zu gehen, denn wir brauchen ja diese Parteien als Koalitionspartner, denn das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, dass man bei der ersten Wahl schon 56 Prozent kriegen würde, die die Next Scientist for Future mit ihren Reformen, mit ihrer Formel, äh, vorurteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize in jedem Winkel der Gesellschaft, sozusagen, auch noch so kleinen Winkel der Gesellschaft, ähm, das werden wir wohl nicht im ersten Anlauf, das 56 Prozent ist wohl, wäre es sehr optimistisch, also rechnen wir lieber mit 15 bis 20 Prozent, ja, und das auch nur, wenn jetzt alle Prominenten mitziehen und nicht nur sich um das Symptom kümmern und sich um das Symptom Schweinegrippe und Corona kümmern, anstatt um die Ursache des Symptoms, nämlich die systemischen Ursachen, nämlich, dass überall ein Mangel herrscht, an Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Also, ja, dann noch ein paar Bemerkungen, in den letzten Tagen habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, wir haben ja in der Sendung, die ist ja direkt beim Sender News & Talks in jeder Infobox als erste Sendung verlinkt, das erste Gespräch mit dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020, unten der erste Link, und wir haben über das Budgetierungsmodell gesprochen, über das Wohlfühlstimmenmodell mit den Erwartungskurven und wir haben sozusagen über, ich habe jetzt begonnen auch nochmal über die Wellnessverbünde zu sprechen, also AOK, all die Höchstwellness und habe jetzt drüber nachgedacht, dass es ja nicht so schön ist, wenn dann der Hausarzt in der Nachbarschaft zu einer anderen Krankenversicherung gehört oder so, ja, und dann habe ich drüber nachgedacht, wie man das individualisieren, also lokalisieren kann, ja. Man sollte es dann vielleicht so machen, dass der Hausarzt und die nächste Apotheke und der nächste Supermarkt sozusagen, dass die als Einheit zu einem, zu dem Wellnessverbund gehören könnten, sodass ich dann also auch den nächsten Hausarzt mir wählen kann und ob ich dann beim Bio-Supermarkt oder beim normalen Supermarkt entkaufe, wird ja dann auch ganz schnell egal sein, weil ja dann an diesen Supermarktleiter sozusagen für dieses Team sozusagen dann am meisten Geld ausgeschüttet wird, wenn die Versicherten, ja, und die Versicherten, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der DAK wäre, müsste ich dann zum Beispiel in die AOK wechseln, das würde aber technisch mit einem Mausklick geschehen und dann käme die Abbuchung das nächste Mal einfach von der AOK mit deren Tarif, sodass ich dann als Kunde sagen kann, ich will diesen Hausarzt haben und bin auch bereit, in seine Krankenkasse zu wechseln und der Apotheker gehört noch dazu, der Supermarkt gehört dazu, eventuell noch ein Restaurant gehört dazu und dann versuchen die alle jetzt bestmöglich Gesundheit zu erzeugen und Krankheit zu verhindern und wenn sie das schaffen, dann entfallen ganz viele teure Krankenhausoperationen, es bleibt ganz viel Geld in der Krankenkasse bezüglich dieses Hausarztteams übrig und das wird dann verteilt auf den Apotheker, auf den Supermarkt und auf das Hausarztteam und auch die Kunden kriegen eine kleine Beitragssenkung, wenn es da sehr hohe Gewinne gibt, werden entsprechend die Beiträge etwas gesenkt und so hätten wir dann auch das Modell der Wellnessverbünde sozusagen auch lokalisiert, brauchen dafür aber keine Daten, ja, also das ist ja nur einfach mal so, um zu zeigen, es geht auch ganz ohne Daten, denn man braucht dann gar keine Daten zu erheben, denn die Daten sind ja in der Krankenkasse, nämlich wenn weniger Geld für Operationen ausgegeben werden muss für diese Gruppe der Versicherten, nur stellen sich natürlich, dann sieht man, ja, aha, dieser Hausarzt hat gute Ergebnisse, nur muss man natürlich jetzt dann Systeme einführen, wie sowohl die Krankenversicherung das Interesse geblockt kriegt, eventuell schwerkranke Leute aus der Krankenversicherung rauszuekeln und der Hausarzt ein Interesse hat, die Leute aus der rauszuekeln, da muss es solche Regelungen geben, dass der Hausarzt, wenn er jemanden verabschiedet sozusagen und genauso die Krankenkasse sehr lange, sehr hohe Beträge bezahlen muss für diesen Wechsel, für jeden Wechsel, also jeder, der den Hausarzt verwechselt, muss also hohe Beträge kosten, sodass dann also ein Hausarzt keinen Gewinn mehr und keine Krankenversicherung, auch keinen Gewinn mehr erzielen kann, wenn sie relativ teure Kunden sozusagen raus ekeln versuchen, ja, da muss es also leider bei diesem System muss man dann dagegen wieder Blocksysteme machen, also wieder positive Anreize setzen, die das verhindern, ne, gut, aber in diesem Modell wären dann, also sozusagen in diesem lokalisierten Modell, also sozusagen dem nachbarschaftlichen Versorgungsmodell, wären dann Hausarzt, Apotheker, Markt- und Restaurantleiter vor Ort Partner und dann würde das kontrolliert werden und beim Einkaufen müsste der Supermarkt nur die Möglichkeit haben, kurz auf dem Bildschirm mein Foto zu sehen, damit er auch weiß, dass ich es bin und dass ich wirklich zu dieser Krankenkasse gehöre und dass dieser Einkauf dann wirklich, wo dann die gesunden Sachen vielleicht billiger verkauft werden von dem Marktleiter sozusagen, wo diese, wo sozusagen die Gesundheitslandschaft, wenn ich da Sachen mir hole, kriege ich die als Kunde der zugehörigen Versicherung ja dann billiger und weil der Marktleiter ja genügend, ja sozusagen dann sowieso am Krankenversicherungsgewinn mit beteiligt ist und auch die, der Krankenversicherungszuständige kriegt den entsprechenden Bonus, sodass dann alle an einem Strang ziehen und alle nur noch ein Ziel haben, zu verhindern, dass ich krank werde und meine Gesundheit bestmöglich zu fördern. Ja, also da, die Grundidee ist dann also dieser Krankenkassenwechsel gemäß Hausarzt, der müsste dann mit einem Mausklick, müsste es automatisch so geschehen, dass dann also automatisch die Abbuchung des nächsten Monatsbeitrags dann von der anderen Krankenversicherung kommt. Das ist ja wohl technisch heutzutage möglich. Ja, dann ist die Frage sozusagen, wenn wir die Bildungs- und Erziehungsreform machen, ich habe ja gestern oder vorgestern dargestellt, die Kette des Rückwärtsverlaufes sozusagen und die Frage wird sein, würde es der Auswertung der Daten helfen, wenn wir bei Mutter und Kind noch einen Intelligenztest machen würden? Ist das zu viel Aufwand? Würde es reichen? Oder wenn der Vater wirklich genetisch feststehen würde, den auch zu testen? Oder reicht es, die Steuer- und Abgabenleistung sozusagen zu messen? Was ist das Problem, wenn dann die Mutter Hausfrau ist? Dann ist es mit der Steuer- und Abgabenleistung, dann kann man vielleicht die frühere Steuer- und Abgabenleistung erfassen und sieht dann, welche Voraussetzungen das Kind hat. Und vielleicht ist es dann mit den Multivariaten-Verfahren auch besser möglich, noch einmal die Leistung des individuellen Lehrers sozusagen auf die Kinder besser noch zu gewichten oder einzuschätzen sozusagen. Aber das muss man sehen, da muss man mal mit den Multivariaten-Statistikern und Faktoren-Analytikern dann reden, ob die solche Zusatzdaten noch brauchen, sozusagen die Ausgangsintelligenz des Kindes im Prinzip irgendwie ein bisschen einzugrenzen sozusagen. Und dann zu sehen, richten die Lehrer damit Gutes an und bringen sie diese Intelligenz zum Erblühen oder bremsen sie sie eher runter sozusagen. Ja, dann eine kurze Nachricht zu Schweden. In der Playlist 4 ist wieder ein Bericht über Schweden. Da wird auch angedeutet, dass die sozusagen... Übrigens, die Playlists sind ja der eigentliche Sender. Also News & Talks ist ja ein Großsender mit hunderten von Sendungen. Und in den Playlists finden sie das eigentliche Programm, wo eben ein gemischtes Programm der besten Sendungen des Internetfernsehens vorhanden ist, sozusagen den wichtigsten. Ja, und die schwedische Krone zeigt diese Sendung, die jetzt in Playlist 4 zu finden ist am Ende wie immer, zeigt, dass Schweden genau das gemacht hat, was wir gesagt haben. Wir ruinieren uns wirtschaftlich und die schwedische Krone zeigt, dass Schweden an uns also tendenziell höher in der Weltrangliste steigt und wir relativ absteigen durch unseren Lockdown. Also Schweden rückt wirtschaftlich nach vorne. Und dann waren sogar mehrere größere Sender. Ich glaube, FAZ und Handelsblatt, die haben sogar das Eingeständnis gebracht. Die haben natürlich versucht, wieder Schweden ein bisschen schlecht zu machen. Dabei sehen die nur im Moment davon ab, die Obergrenze für Großveranstaltungen von 50 auf 500 zu heben. Das verschieben sie noch mal ein bisschen. Aber sie geben immerhin zu, sie bringen das Eingeständnis, dass Schweden ohne den Lockdown quasi in allen Sterbebereichszahlen im Mittelfeld liegt, also zwischen den Staaten mit Lockdown, sodass man dann auch sagen kann, dann hätten sich auch all diese Staaten den Lockdown auch sparen können, ja, sozusagen. Ja, das war's. Und ansonsten bin ich gespannt auf die morgige Sendung mit dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020. Also Leute, hört auf, euch um Symptome zu kümmern. Kümmert euch nur noch um das Thema der Ursachen und hier und und fordert alle diese Sender hier auf, alle diese Großsender hier bitte lesen. Und alle diese Großsender, diese prominenten Sender brauchen wir und alle prominenten Personen des Internets und diese prominenten Sender brauchen wir. Ohne die werden wir niemals 20 Prozent erreichen. Und dann werden die Leute jammern, weil es dann in zwei Jahren die Elefantenkrippe gibt und in fünf Jahren die Giraffenkrippe und so weiter. Und diese, jetzt hat ja die Pharmaindustrie, die weltweite Pharma- und Impfindustrie hat jetzt Blut geleckt, sozusagen. Sie weiß jetzt, wie es geht. Sie sieht jetzt das Erfolgsmodell Corona, ja, und sieht jetzt da, damals bei der Schweinegrippe haben wir das alles noch etwas stümperhaft angegangen. Jetzt haben wir es professionell gemacht und es hat funktioniert. Und jetzt können wir der Welt immer wieder gute Impfungen verkaufen. Und wie gesagt, die leben in dem vorteilbringenden Irrtum. Vielleicht einige wenige sind schwarze Schafe und haben das als kriminellen Plan. Aber die Masse wird einfach den vorteilbringenden Irrtum im Kopf haben, den vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum im Kopf haben. Viren sind die einzige wirklich große Menschheitsbedrohung, Viren und Bakterien. Und wir als Pharmaindustrie sind jetzt die Retter der Menschheit, indem wir die Impfungen zur Verfügung stellen und die Tests und so weiter. Und wir sind die Guten und so weiter. Und das System dieses Verkaufsförderungssystems für Impfungen und Tests und so weiter ist jetzt ein eingespieltes System und das kann man ja jetzt alle paar Jahre wiederholen, bis dann die ganzen Länder völlig kaputt sind, weil sie nur noch leben für die Pharmaindustrie. Das ist so. Und das dazu führen eben vorteilbringende Irrtümer, wenn sie nicht, Formel, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch PAs, wenn wir das nicht überall diskutieren, dann ja, also wobei ich ja vieles, was ich im Internet sehe, da hat man ja natürlich, da verliert man manchmal etwas die Hoffnung, weil man dann sieht, dass ungeheuer viele Menschen, die überhaupt weder bis drei zählen können, noch nachdenken können, sich im Internet bewegen. Und die interessieren sich natürlich nicht für die Ursachenbehebung und für die wirkliche Therapie des Ganzen, sondern jammern über jedes einzelne Symptom und sehen nicht, dass sie damit auch sozusagen die Erhalter genau dieses Spiels sind, dass sie leider nicht in der Lage sind, mal gründlich sich mit was zu beschäftigen und so weiter. Ich hoffe, bei Ihnen als Zuhörer ist es anders und Sie werden hochaktiv und tun alles dafür, dass sich jetzt was ändert. Und zwar nur über die Partei Wir 2020. Tschüssi, bis bald.